Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Videos zur Ära Ulbricht. Wir setzen hier nach dem Volksaufstand 1953 und dessen politischen Folgen ein. In den Folgejahren stabilisierte sich die DDR außenpolitisch etwas und die SED festigte ihre innenpolitische Herrschaft. Lange hatte die Sowjetunion versucht, die politische und militärische Westintegration der BRD zu verhindern. Dies scheiterte jedoch spätestens 1955 mit deren NATO-Aufnahme und Wiederbewaffnung, sodass die DDR dem Warschauer Pakt beitrat, dem östlichen Gegenstück zur NATO. Zudem billigte die Sowjetunion der DDR offiziell die volle Souveränität zu, behielt aber weiterhin alle Zügel in der Hand. Außerdem schlossen die Sowjetunion, die DDR und die anderen Ostblockstaaten den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Mit dem Gesetz zur Schaffung der Nationalen Volksarmee 1956 und der Unterstellung eines Großteils der Einheiten unter den Befehl des Oberkommandos des Warschauer Pakts war die Ostintegration der DDR vorherst abgeschlossen. Die DDR war nun gleichberechtigtes Mitglied des Warschauer Vertrages und einer der sozialistischen Bruderstaaten. Die Lebenslage der Bevölkerung verbesserte sich in den Jahren nach dem Aufstand 1953 tatsächlich merklich. Parallel dazu gelang es der SED-Führung um Ulbricht, letzte intellektuelle Kritiker, beispielsweise Wolfgang Harich, und parteiinterne Konkurrenten wie Karl Schirdewahn und Ernst Wollweber auszuschalten. Als der Staatspräsident Wilhelm Pieck 1960 verstarb, wurde das Amt der Staatspräsidentschaft durch den Staatsrat als kollektives Staatsoberhaupt ersetzt. Den Vorsitz des Staatsrats übernahm Walter Ulbricht selbst. Nun hatte er auch offiziell die wichtigste politische Position in der DDR inne und wurde zur Symbolfigur des Staates. Nach der kurzen Entspannungsphase nahmen Ende der 50er Jahre die Probleme wieder zu und die teilweise gesunkenen Flüchtlingszahlen stiegen erneut in die Höhe. Überspannte Wirtschaftspläne, die forcierte Kollektivierung der Landwirtschaft und politische Drohungen des neuen Staatschefs der Sowjetunion, Nikita Khrushchev, verschärften die Labilität des Systems der DDR. Die SED-Führung musste ein Ausbluten der DDR verhindern und sah in einer hermetischen Abriegelung der Grenze zur BRD inklusive der Grenze innerhalb Berlins die Lösung. Zwar bestritt die Führung die Mauerpläne öffentlich, doch kurz nach der Zustimmung der Sowjetunion Anfang August 1961 begann in der Nacht zum 13.8. die Absperrung der Sektorengrenze zwischen dem Ost- und Westteil Berlins. Die Mauer wurde von der SED-Führung als sogenannter antifaschistischer Schutzwall propagiert, der einen Angriff des imperialistischen Westens abwehren und das Eindringen von Agenten und Provokateuren in den Arbeiter- und Bauernstaat verhindern sollte. Durch den Mauerbau und das folgende Einsperren der eigenen Bevölkerung rettete die SED ihre Herrschaft und zementierte gleichzeitig die deutsche Teilung für fast 30 Jahre. Der 13.8.1961 wird aufgrund der einschneidenden Bedeutung und der fundamentalen Veränderung der Lebenssituation teilweise als zweite Staatsgründung der DDR bezeichnet. Der Mauerbau wurde im Westen als endgültiges Eingeständnis der Schwäche des sozialistischen Systems verstanden, da die DDR ihre eigene Bevölkerung aus Angst vor deren Flucht einsperrte. Im Osten hatte der Bau jedoch vorerst die gewünschte Wirkung, da sich die Bevölkerung mangels Alternativen mit dem SED-Regime arrangieren musste. Unterstützt wurde diese Konsolidierung durch die Beschlüsse des 6. Parteitages der SED 1963, auf dem das neue ökonomische System zur Planung und Leitung der Volkswirtschaft verabschiedet wurde. Mit diesem wurden marktwirtschaftliche Elemente, beispielsweise leistungsabhängige Boni, in die Planwirtschaft integriert und so auf eine höhere Produktivität der Arbeiter abgezielt. Zudem wurden Wissenschaften vermehrt gefördert und bisher nicht genutzte Arbeitskraftreserven, besonders die Frauen, mobilisiert. Auch gesellschaftliche Reformen wie das Gesetz über einheitliche Bildung 1965, welches die Grundlagen der Produktionstechnik in den Lehrplan der allgemeinbildenden Schulen einführte, wurde erlassen. Im Ergebnis nahm die DDR Züge einer sozialistischen Leistungsgesellschaft an. Neben dem bisher entscheidenden Kriterium für sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg, der Parteitreue, wurde die fachliche Qualifikation entscheidend für die berufliche und gesellschaftliche Stellung in der DDR. Somit stiegen beispielsweise Ökonomen und Techniker in politische Führungspositionen auf. Folglich stieg die Produktion in der DDR bis 1970 rasant. Anfang der 70er Jahre war die DDR der zweitstärkste Industriestaat des Ostblocks und wies sogar den höchsten Lebensstandard auf. Im Vergleich zu BRD war dieser jedoch immer noch gering. 1968 wurde die neue, zweite Verfassung der DDR verabschiedet. Diese schrieb die 1963 auf dem Parteitag beschlossenen Veränderungen fest und verankerte die seit 1949 gefestigte Machtposition der SED als obligatorisch. Die marxistisch-leninistische Ideologie und die staatliche Führungsrolle des Staatsrates, der seit 1960 bestand, wurden für allgemeingültig erklärt. Zusammenfassend war die DDR-Verfassung von 1968 ein Produkt der Entwicklungen in der DDR seit 1949 unter dem dauerhaften Einfluss der Sowjetunion. Ende der 1960er Jahre, vor dem Hintergrund des tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolgs der DDR in den vorherigen Jahren, propagierte Ulbricht das Modell DDR als Vorbild aller realsozialistischen Industriestaaten. Dadurch geriet er in ideologischen Konflikt mit der KPDSU, weil er indirekt nach mehr politischer Selbstständigkeit gegenüber der Sowjetunion verlangte und so deren Führungsrolle infrage stellte. Als sich Ulbricht Anfang der 70er Jahre den deutschlandpolitischen Entspannungsbemühungen zwischen der neuen Regierung der BRD mit Kanzler Willy Brandt und der Sowjetunion widersetzte, verlor er den Rückhalt aus Moskau komplett. Mit Genehmigung des sowjetischen Staatschefs Leonid Brezhnev zwang Erich Honecker Walter Ulbricht zum Rücktritt am 3. Mai 1971. Den Platz als erster Sekretär des Zentralkomitees der SED übernahm Honecker selbst und bestimmte als dieser die Politik der DDR bis 1989 maßgeblich. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.